das ist richtig alle mit den öfternchen habe ich noch nicht angesprochen dann sprichst du an ich schaue erstmal gar nicht was ich da einsammle ich mache es halt nur du Sünder, Sünder, okay, dann weißt du viel über mich, schade ich gehe besser ich habe da gerade ein Buch übersehen, ne? die mögen mich nicht oder sind neutral zu mir kenne ich dieses Baby schon oder auch diese Person könnte schnell reisen möchte ich gerade aber nicht ich bin immer noch verwirrt ein bisschen von den Ausmaßen dieses Spiels, ne? ich möchte mal runter gehen in Hoffnung, dass da noch Leute sind diesmal ist keiner die nehme ich mit das Ding ist ziemlich groß ui dann suche ich nochmal den Markt das ist ja was Neues, was bist du? immer noch der Ball wer bist du Person? guck zu Bruce, ne? let me sip du kannst du einfach aufschne? du du denn 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 ok ein gewisses problem ich hoffe es nicht so gut zu kaufen ist das was ja ist eine lampe im vordergrund verkaufst du sagt gut nein möchte ein ich bin ein bisschen überfordert gerade im spiel es ist so groß die sachen versteckt ja ein blufisch dingens eine spitzhacke lag er einfach so herum ja wenn das aber keiner beansprucht dann ist das wohl jetzt meins das kommt auf da hin genau auf da hin ist ein glüter platz wenn ich in der höhe zusammenbreche bin ich dann abgelebt mache ich es zu aber ich kann andere dinge rein muss er skip ok das ist aber noch nicht seine aufgabe finde einen reisenden händler da ist der rücksturz zur farm 2 geldeinheiten werden wieder mal ausgelegt hier ich gucke euch das mal rein na wofür diesmal dann war ich zwei aufgaben nicht da hab ich soll mir nur eine sichel kaufen soll generell richtung dingens laufen hallo schwester ich packe hier wieder mal eine meine 15.000 möhren hinein und meine abfüllgeräte geben mir gerade nichts mehr ok dann laufe ich doch mal richtung dorf wieder halt warte mal ich weiß was marco nicht marco nein ich meine onkel ist ein vollkommen fremder für mich ist tatsächlich auch stimmt sinnvollste weg was herauszufinden ich gebe dir das ist roh das mags nicht weiß ich schon eine brachtbirne das war super du hast post sie schickt mir eine weitere karte für unsere sammlung hier ein pracht apfel alter unacceptabel das weiß ich nur danke magst du vielleicht eine brachtbirne mein onkel verstoß mich nicht schon wieder ok so lernt mal sachen auch mehr und bessere erdbeeren und ich gehe jetzt ins dorf und halte weiterhin ausschau nach händlern das ist der reise händler ist der mit der mucu ne ich spreche jetzt bei ihnen ein stil ihre bücher oh wir legen hier noch sachen rum so ein blümchen ich weiß nur nicht findet man diesen saßgut händler nebenbei läuft der im kreis oder wie hängt das alles zusammen ich sage weiter blümchen in der hoffnung dass es mir das auch was bringt so wir sind wieder im dorf meine hauptaufgabe war heute glaube ich eine sichel zu kaufen aber nur ich habe gestern hier ich habe diesen gruseligen männchen äh eine zacke gefunden und da steht er deine eier und deine hat dir die katze auf dem kopf ja klar warum nicht was du brauchst das kann sein vor allem ich nur ein bisschen werter ist oh willkommen ein neues potenzielles von flüchen und anderen sachen so ich habe wahrscheinlich noch nicht mal die hälfte aller 83 npcs getroffen andere tun auch gerade ein ich weiß auch noch nichts was ich mir leisten könnte was ist das goldene chicken nugget mehl ein rezept für eine suppe so hast du mal noch würstchen farmste fein ich farmfein ein wanderer sie ist aber niemand besonderes und hätte sie nämlich einen anderen namen gehabt blümchen blau bären was heißen eigentlich diese komischen zeichen hier kann ich nur aus zelda normalerweise immer noch kein fahrende händler immer noch kein fahrender händler und ich habe auch keine sicher gekauft ähm ist ja wenigstens mal jemand unterwegs nein hier ist wirklich nur was los wenn feiertage sind schätze ich mal so höchstwahrscheinlich können wir werkzeug beim schmied bekommen fragezeichen ok meine spitze habe ich nebenbei gefunden die lag einfach so rum aber ich denke mal dass es nicht bei allen sachen so klappt und es ist gerade ein bisschen windig ich hole mir erstmal nur alle in die sammlung ne der mag mich nicht hier ist der alchimist hallo ich will dir Dinge kaufen wenn du sie hast nein ich brauche eine sichel ja verkauft dann bitte sichel ja nehmt Er mag also Äpfel. Okay. Ich stelle euch einfach mal einen vor. Damit ich die hier so auf Lager habe quasi. Das ist grumpy. Okay. Ich werde schon finden. Wer ist das? Der hat wahrscheinlich auch welche Aufgaben. Muss ich mit dem Typen hinten reden? Ja. Hm. Okay. Aber sage ich zufällig, ich muss da wirklich hin und dann Sachen halt sammeln. Und jetzt komme ich da auch rein. Ich muss mir also Material selbst besorgen, wie es aussieht. Und ich brauche auch eine Lampe. Cool. Ist irgendwas von euch, äh, Erz? Das sind Pilze. Da sieht sehr erzig aus. All mine, haha. Das sind Erz. Ja, glitzert war's. Für meine Sammlung wieder. Ah, fun guy. Ja, Pilze. Die Pilze nehme ich gleich mal mit. Man weiß nie wofür es gut ist. Da ist die Teilmap wieder ein bisschen rumgeglitscht, wie es aussieht. Ich werde besser und besser und auch besser. Cool. Äh. Wie doof. Schade, wir haben viele Details gedacht, aber ich kann mir nicht den Friedhof hier anschauen. Wer wohnt hier? Egal, erstmal Buch klauen. Das ist wichtig. Das wirkt auf mich vollkommen verrückt und wahnsinnig. So, ich bin hier nicht richtig. Ich bin vollkommen falsch. Ähm. Das ist ja erstaunlich. Wie komme ich denn hin? Oh. Was ist das? Stopp gerade. Tod krank leider. Fade? Oder? Fade. 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 wie kann ich meine mächtigen fähigkeiten jetzt benutzen oh hier ja meiner volksliste schmieden kochen ich baue hier eine sichel ok lernen wir das mal ich brauche das und das gute mehr habe ich nicht mehr habe ich nicht okay basteln mit holz sie griff nimm das eisemal aus der schmiede und der hitze es bei pressing nööö wo ist es nicht lernen war ich zu ängstlich knifflig und keine verbesserung die zweite versuchen schmiede und 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 Es ist vielleicht schon ein bisschen spät. Ich habe jetzt auch eine mächtige Sichel hier irgendwo. Zwei sogar. Ein Igel. ich bin zu hause und breche hoffentlich nicht zusammen und klang 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 kl So knapp. Es gibt eine Auktion gerade und wir können zwar uns hier leisten, so weiteres Schwein zu halten, aber wir sollen mal uns das Ganze angucken. Dann muss ich vor Schreck erstmal eine Mühre opfern. Gut. Oder wir könnten hier einfach weiter erkunden. Wenn ich mit einem Abenteurer wie der große Zelda. Oh. Kann ich mit meiner neuen coolen Sichel eigentlich Feldarbeit machen? Also ungefragt. Coolst. Da. Und was bist du denn? Und du? Ein Tele-Transportier-Stein. Der Stein ist böse und funktioniert hier nicht. Was ist denn hier los? Das ist hier Acres. Acres. Da ist ein Gartenstein. Es gibt noch einen weiteren. Okay. Ich glaube irgendein Wanderer sein Buch. Ist jetzt meins? Ich hoffe noch auf irgendwas zu finden, wenn ich die Dinge hier abholze. Ah, hier komme ich wieder raus. Hier ist die Karte vorbei. Da muss ich noch einen weiteren geben. Den möchte ich finden. Oh. Ich bin mir noch offen. Oh. Ich bin mir noch offen. Oh. Oh. Hier ist auch nichts. Gibt es hier wieder? Hm. Ich dachte, ich hätte hier einige Sachen gesehen, getroffen, gefunden. Hallo Vogel. Ich gehe da mal hoch. Da bist du. Gut. Hier wurde alles aufgedeckt. Wurzel, Grumpy und Betty wohnen hier. Also Leute, wenn euch das Spiel gefällt und ihr es gerade auf YouTube seht, schreibt einfach mal dazu, ob ihr mehr davon sehen wollt. Das ist aber die einfachste Art, sowas zu lernen. Guck mal da, Hühner. Kann ich eure Eier stehlen? Ich kann ihre Eier stehlen. Das freut mich sehr. Guck mal, das sind Apfelmenschen hier wahrscheinlich. Wollte ich da reingehen? Ah. Hier lagen Klettel versteckt. Das Spiel ist recht groß, recht spannend. Hallo Person. Möchte eure Sachen klauen. Ich habe Eier gesammelt, ne? Von euren Hühnern. Um euch zu helfen. Nur deswegen. Da ist eine Karte. Pep Powder. Den ich irgendwo gesucht. Cool. Das ist meine Art, mein Lexikon zu füllen hier. Den habe ich gesucht. Ich weiß auch immer, dass hier ist, ne? Hi. Hey, ein anderes könnte man hier bespielen können. Ciao. Ich habe alle Steine gefunden, wie es aussieht, ne? Okay, ich gehe dann mal wieder. Wann das lang? Okay.